Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei euren Namisier-Tabletten. Euer Quatschko ist hier wieder am Start mit FIFA 17, The Journey. Und wir sind immer noch im Sichtungslehrgang. Wir müssen jetzt Dribbling-Parcours absolvieren. Wir haben jetzt Drills. Bei Kontrolle. Nichts, was ich kann. Oh, shit. Oh, no. Oh, nein, nein. Ja. Ist ins Tor gegangen, gibt Bonuspunkte, aber das schaffe ich nicht. Das werde ich auch nie schaffen. Da fallen wir wieder zurück auf den elften Platz. Steilpässe. Habe ich am Anfang auch nicht verstanden. Jetzt inzwischen kenne ich's. Ah. Ach, komm. Komm, komm. Yay. Zack, zack. Gut gemacht. Bonuspunkte wird wohl in B werden. Ja. Ich bin immer noch 11 da. Jetzt wird's langsam aber sicher eng, weil wir müssen 10 da werden. Angriff 2 gegen 3. Okay, was ist ein Skill? Positioning. Zack. Zack. Ah, okay. Ist vorbeigegangen. Ach, schade. Und wow, das war schön. Das war auch schön. Ah, verpasst. Einen Angriff kriegen wir noch hin. Oh, gut. Und drin. Exzellent. Yay. Auf dem 10. sind wir jetzt. Und das passt genau für uns. Gariforca. Das ist es. Die 11er-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side. Ja, wir sind da sehr hitzköpfig und hoffen, dass das gut geht. Beim letzten 11 gegen 11. Wir haben ja eine Halbzeit 11 gegen 11 gespielt. Dann gibt's jetzt dieses Drills. Und jetzt kommt die zweite, mehr oder weniger die zweite Halbzeit 11 gegen 11. Mal gucken, was das wird. Aua, ganz schön geschubst gerade, meiner Meinung nach. Und uh, das war knapp. Oh, der rennt weg. Na, das wird nix so richtig hier. So, Stanley daneben, alles klar. Ja, es war gerade eben eine gute Chance von uns. Aber die haben wir einfach liegen lassen, weil wir es können. Ja, das war ein Foul. Es gab mal ein schönes Passspiel von Hunter. Ah, toller Pass. Das Passspiel hat er gut gemacht. Aber mehr ist es dann doch nicht geworden. Ja. Oh. Und. Oh. Ein schöner Schuss. Und der ist vorbei. Schade. Direkt zum Gegner geworfen. Na. Wird das jetzt noch was hier? Ah. Jetzt habe ich ihn rausgedrückt. Ah. Oh. Fast. Hunter macht tolle Pässe. Aber für mehr reicht das gerade auch nicht so. Okay. hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Abseits. Pfeift der Schiri dann auch. Ah, den Ball verstolpert dann. So, jetzt haben wir ihn rausgespielt. Ah. Ah. Ah, das war jetzt ein schlechter Pass. Doof, aber nichts zu ändern. Na, und jetzt ist es vorbei. Schade. Also, wir haben es nicht geschafft, irgendwas zu machen. Wir sind Neunter geworden. Zehnter ist dann Gareth Walker geworden. Wir sind drin in der Platzierung. Und das sollte uns freuen. Jetzt haben wir die Entscheidung. Was wollen wir machen? Wollen wir mit der ganzen Mannschaft spielen oder mit Hunter? Wir spielen mit Hunter. Denn eigentlich wollen wir es aus seiner Perspektive erleben. Lads, lots of hard work on display out there. Hard work in trading is the first step to make it as a pro. And I saw plenty of that on display today. Some of you even looked like you could play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But, if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't their career for you. Alright, lads, that's it for today. Good luck to you all. Gut. Jetzt heißt es abwarten. Ah, wir sind schon Freunde mit Gareth. Gareth ist ein cooler Typ. Außerdem sind wir quasi black and white. Wie Schoko und Vanille. Du denkst, Alex wird okay? Er hat schon viel über seinen Vater gesprochen. Ich meine, vielleicht hat die Pressure der Exit-Trials auf dem Kopf gespielt. Sie haben heute gut gespielt. Jetzt musste ich mal die Katze runterschmeißen. Mein Bein ist eingeschlafen. Hör, Catherine. Über die Jahre. Vielleicht hätte ich nicht mehr über die Spiele gegangen gewesen. Du weißt, in ein paar Saison waren es etwa 10 Monate im Jahr. Du bist immer wieder zurückgekehrt, Jim. Du hast niemals geflogen auf deine Familie geflogen. Nein, ich folgte meine Träume. Aber Harrell's injury ist ganz schön, es hat ihn verletzt. Es hat ihn verletzt. Es hat ihn verletzt. Es hat ihn verletzt, ich meine, du hast alles geflogen. Ja? Was hast du, Grandad? Ah, great performance today, lass. Top joy. You stood out of mind. Ich bin so stolz von dir. Du solltest du, Mrs. Hunter. Especially wenn es in der Familie geht. Burley, no-nonsense forward, brave as a line, excellent first touch, like ein sort of yester-year Didier Drogba. 22 goals, 68-69. Du bist Jim Hunter, nicht? Ich weiß, du bist. Ich habe mich verletzt, Fußball-Cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. Wir sind absolut die Leute für die Nurturing Young Potenzial. Und du, Jungs, du hast es aus deinen Augen. Du brauchst eine Repräsentation, du telefon mir. Nacht oder Tag, Weihnachten, es geht nicht. Cheers. Du hast ihn mir. Du gehst sicherlich. Ich habe das gehört, der Mann. Es war ein Rampart, als dein Vater noch spielen. Wir sollten ihn nennen. Gut. Ja. So eine Agentur, das kann was. So. Wir haben den Sichtungslehrgangsleistung gut abgeschlossen. Und weiter geht's. In der Story. Hi. Agent's here. Jim. You know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crown. Working class heroes and all that, eh? Do you draw? Uh, design? Well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one client. Schönen Sie zu sehen. Mr. Taylor. Good to see you. You can call me Michael, all right? Such a polite young man. You bought him up properly, Mrs. Hunter. Catherine, please. Come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top team's sure they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Ja, es ist echt eine schwierige Entscheidung. Gehen wir irgendwo hin, wo wir vielleicht in die Startelf kommen oder gehen wir irgendwo hin, wo wir immer hin wollten. Aber wisst ihr was? Wir sind Fan von Manchester United. Und wir wollen auch in dieser Mannschaft spielen. Proudest day of my life. You signed him in my old club. Well, I got my work out. I'm going to live up to you, Granddad, you legend. Oh, da freut sich der Opa. And it gets even better, young man. It seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way. No way. I think it's just brilliant. Gareth Walker kommt mit uns. Und wir haben hier Social, hier ja, hier seht ihr halt die ganzen Twitter-Erwähnungen und so weiter und so fort. Von daher schauen wir mal. Wir gucken mal, was es jetzt noch gibt. Ach so, ja, es ist ein Trainingstag, wo defensiv ist. Da machen wir diesen Trainingstag noch. Das heißt, wenn wir bei einer Mannschaft sind, dann machen wir Training. Wait, isn't that? Did he just nod at me? I mean, all right. Whatever. Hunter, Walker, in you go. Gaffer. Trust you, boys, had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager, for starters. don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. Wir werden alles geben. Well, give this club everything we've got, Mr. Baller. Everything and some more. My advice to you, lads, work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League. We need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. All right, get cracking. Training starts in 15 minutes. and I don't have a pair of you looking like a couple of boy-band rejects on my pitch. You're in another one direction you need to go and it's that way to the dressing room. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. I thought we looked good. I'm all right. You see, it has very many story-elementes, very many between sequences, which we can't change. We've got a couple of new boys starting with us today. Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking easy on the rest of you. I want you paired off one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Buenos dias. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boy, he's ready for school. We're ready when you are, Humbres. Ja, klar. Children. Let's teach them the lesson. It's Spanish, yeah? Yeah, man. Also auch mit ein bisschen Humor kann man hier umgehen. Wir müssen als allererstes sehen wir hier unseren Stand. Wir machen Training. Damit können wir unsere Attribute steigern, Skillpunkte freischalten und so weiter und so fort. Auswechselspieler, Startelf, und Reserve Spieler sind dargestellt, so dass wir auch sehen, welchen Stand wir derzeit haben. Und wir beginnen das Training, Verteidigungsgrundlagen. Einfach Zweikämpfe gegen die Gegner ausführen, in den Ball wegnehmen und so was. Haben wir dann wohl mal gemacht. Hopp. Hier haben wir es nicht gemacht. Hier haben wir es gemacht. Wir sind schon auf Exzellent. Und damit würde ich sagen, mit dem Klingel in den Hintergrund, vielen Dank für diese Trainingseinheit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht im Training mit euren Quantschkau. Danke. Haut rein. Ciao.